Ob Kühlschrank, Computer oder ein einfacher Föhn. Ohne eine Stromzufuhr funktioniert nichts. Damit man auch bei einem Stromausfall nicht auf die wertvolle Energie verzichten muss, gibt es unterschiedliche Stromerzeugungsaggregate. Die Unterschiede der einzelnen Stromerzeuger zeigt ein übersichtlicher Notstromaggregatvergleich. Zudem fassen wir die Ergebnisse verschiedener Notstromaggregatvergleiche zusammen und verraten euch, worauf ihr beim Kauf achten müsst und welcher Stromerzeuger perfekt zu euch passt. Hi und willkommen auf unserem Kanal. Wir zeigen heute drei Top-Notstromaggregate, dafür haben wir Tests und Meinungen ausgewertet und zu einer Gesamtnote verrechnet. Ob ein Notstromaggregat mit automatischer Umschaltung, ein Stromaggregat Dieselmodell oder ein Notstromaggregat für Ölheizung und Co., die Vielfalt auf dem Markt ist mittlerweile sehr groß. Obwohl die einzelnen Modelle in Sachen Motorunterschiede aufweisen, ist die Funktionsweise doch sehr ähnlich. Falls euch das Video jetzt schon gefällt, lasst doch schon mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen unserer kommenden Vergleiche verpassen wollt, abonniert unseren Kanal und vergesst auch nicht, auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken. Jetzt kommen wir zu unserem Ranking. Wir starten mit dem Preistipp, das Matrix PG2000i. Zum Zeitpunkt des Tests lag der Preis bei rund 750 Euro. Du suchst qualitativ guten Strom und willst die Urlaubsbörse schonen? Dann ist der Matrix PG2000i Inverter Stromgenerator genau richtig für dich. Er ist ein zuverlässiger Rettungsanker bei Stromausfällen und startete auch nach wochenlanger Lagerung im Geräteschuppen beim ersten Seilzug. Wir haben im Review empfohlen, diesen Inverter im Dauerbetrieb bis maximal 1400 Watt zu belasten. Dann liegen Lautstärke und Benzinverbrauch in einem guten Bereich. Natürlich ist auch bei diesem Generator nicht alles perfekt, der Ölwechsel ist etwas fummelig und das mitgelieferte Batterieladekabel für unseren Geschmack arg kurz. Die Laufzeit ist nur Durchschnitt und kann mit den Traumwerten eines Honda EU22i nicht mithalten, der spielt aber auch in einer ganz anderen Preisklasse. Ansonsten ist alles gut. Wir sind zufrieden. Dank des für einen Stromerzeuger der 2kw-Klasse geringen Gewichts von 21,5 Kilogramm war der Matrix PG2000i ein angenehmer Begleiter auf unseren Campingausflügen. Wir sind positiv überrascht. Dieser Inverter erhält unsere Empfehlung. Weiter geht es mit dem Bestseller, das Blue Etty EB55. Zum Zeitpunkt des Tests lag der Preis bei rund 700 Euro. Der Blue Etty Power Oak EB55 ist eine Powerstation mit großem Akku und starker Leistung. In unserem Test kann das Gerät in vielerlei Hinsicht überzeugen. Das Design ist ansprechend, die Verarbeitung ist tadellos und die Spitzenleistung von 700 Watt kann dauerhaft geleistet werden. Auch arbeitet der Akku effizient und bringt dank der Lithium-Eisenphosphat-Zellen auch ein hohes Maß an Sicherheit mit. Weiterhin gibt es einen integrierten MPPT-Regler für das Laden über Solar und die Ladegeschwindigkeit über das Stromnetz ist mit weniger als drei Stunden angenehm hoch. Coole extra Features sind das Laden über USB-C Power Delivery mit 100 Watt und Wireless Charging für Smartphones. Zwei Kritikpunkte gibt es allerdings, die vor dem Kauf zu beachten sind. Der erste Kritikpunkt ist das laute Netzteil. Dass bei 200 Watt Eingangsleistung ein Lüfter im Netzteil sinnvoll ist, steht wohl außer Frage. Allerdings sollte dieser nicht immer aktiv sein, insbesondere wenn die Powerstation gar nicht geladen wird. Der zweite Kritikpunkt ist der Fehler bei der Akkuanzeige bei zu hoher Ausgangsleistung bei halbvollem Akku. Dies kann dazu führen, dass man im Außeneinsatz nicht mehr weiß, wie viel Akku noch in der Powerstation ist. Mit etwas Vorsicht lässt sich das Auftreten dieses Fehlers wohl verhindern lassen. Dennoch sollte Bluetti in Zukunft nachbessern und das BMS überarbeiten. Wir haben euch übrigens alle vorgestellten Aggregate für noch mehr Details unten in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt kommen wir zum Vergleichssieger, das Maxpeeding Rods MXR 3500. Zum Zeitpunkt des Tests lag der Preis bei rund 920 Euro. Du wirst von den vielen Vorteilen des Maxpeeding Rods Inverter Stromerzeugers MXR 3500 profitieren. Er ist ein leistungsstarker und zuverlässiger Stromgenerator, der dich jederzeit und überall mit Strom versorgt. Es ist einfach zu bedienen und zu warten. Außerdem ist er kompakt, leicht und einfach zu transportieren, so dass du ihn immer bei dir tragen kannst, wenn du unterwegs bist. Weitere Vorteile der Maxpeeding Rods Inverter Stromerzeuger MXR 3500 Düse sind die schnelle Inbetriebnahme, die hohe Leistungsabgabe und der niedrige Geräuschpegel. Allerdings kann es auch einige Nachteile haben. Aus den Kundenrezensionen erfährst du, dass Maxpeeding Rods Inverter Stromerzeuger MXR 3500 eine gute Wahl ist. Deshalb kannst du dich auf den Wechselrichter-Generator von Maxpeeding Rods freuen. Er ist ein leistungsstarker und zuverlässiger Generator, der sich ideal für die Stromerzeugung in Notfällen oder beim Camping eignet. Der Generator ist kompakt und leicht, sodass du ihn einfach mitnehmen kannst. Außerdem ist er leise, sodass du dir keine Sorgen über Lärmbelästigung machen musst. Unser Fazit. Natürlich hat jedes Produkt seine eigenen Stärken und Schwächen, sodass jeder für sich selbst entscheiden sollte, was zu einem selbst und natürlich dem eigenen Geldbeutel passt. Dafür haben wir euch alle Produkte in der Videobeschreibung für noch mehr Details verlinkt. Habt ihr euch schon entschieden oder gar schon eins der Produkte zu Hause? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns mitteilt, welches Gerät ihr bevorzugt und vor allem auch warum. Ich hoffe, dass wir euch bei eurer Kaufentscheidung ein wenig helfen konnten und wenn ja, lasst doch bitte ein Like da und vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken. Das würde uns und dem Kanal wirklich weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald. Auf Wiedersehen.